bevor wir heute mit zeichnen und malen beginnen machen wir einen besuch im städelmuseum in frankfurt dort findet ihr in der digitalen sammlung das bild liegender hund von franz mark ihr könnt euch das bild in ruhe ansehen wenn ihr mögt findet ihr auf dieser seite noch weitere informationen darüber die ihr euch durchlesen könnt dann schaut ihr ob ihr zu hause gummitiere findet die ihr abzeichnen könnt oder ihr findet abbildungen in büchern oder in zeitschriften die euch gefallen und die sich als vorlage zum zeichnen eignen wenn ihr die zeichnung fertig gestellt habt könnt ihr das tier farblich gestalten nehmt buntstifte oder ölkreiden und malt euer pferd blau die kuh gelb wie franz mark oder aber ihr entscheidet euch für einen bunt gestreiften tiger oder gebt dem esel bunte punkte der fantasie sind keine grenzen gesetzt auf dem papier können ganz bunte tiere entstehen die es in wirklichkeit gar nicht gibt die kunstwerkstatt wünscht euch viel spaß beim zeichnen und malen mit ja Untertitelung des ZDF, 2020